hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einem neuen duftigen video von mir für euch und es geht gleich weiter mit dem nächsten teil von meiner shopping ausbeute aus den usa dieses mal soll es um die wachs melz die neuen dürfte der frühe sommerkollektion von kringel candle und country candle gehen in der letzten folge oder ja im letzten video habe ich euch ja schon so ein bisschen ein paar basics zu meiner bestellung mitgeteilt was ich noch bestellt habe und habe euch die oder einige dürfte der all is well collection von yankee candle gezeigt falls ihr noch nicht gesehen habe ich jetzt hier irgendwo verlinken dann könnt ihr euch das gerne anschauen eventuell sogar als ersten teil vor diesem video weil ich gesagt am anfang noch so ein bisschen was allgemein ist zu dieser usa bestellung erzähle und jetzt denke ich wenn man in diesem teil gar nicht so viel vorab wabbeln sondern auch direkt gleich in die dürfte rein springen ich zeige ich mal ganz kurz also von kringel von kringel sind es sechs verschiedene dürfte die ich mir bestellt habe jeweils als sechser klemmschel wie gesagt ich wollte nicht schon die die kerzen bestellen oder ähnliches weil ich die kerzen hier wirklich nur von denen du bestellen wo ich vorher er oder wo ich schon von überzeugt bin und ich dachte mir die sechser wachsmail sind eigentlich ideal zum probeschnuppern dann kann ich schon mal warm machen schon mal gucken wie uns die gefallen und dann bin ich da gut vorbereitet wenn die dürfte in die deutsche shops einziehen dass ich dann mir einfach die sachen herausfinden kann die mir wirklich gut gefallen als kerze wird oder halt nochmals daylight oder als wachsmail sie auch immer genau da gab es ja glaube ich glaube von jeder kollektion gab es sieben oder acht verschiedene neue dürfte oder das ist für die kollektion von jeder immer von country einer von kringel und ich habe glaube ich jeweils einen weggelassen bewusst weil der mich nicht angesprochen hat nicht angefixt hat wo ich dachte muss nicht im nachhinein denke ich gut auch hätte ich eigentlich auch mit reinpacken können aber so genau ich habe mir jetzt hier mal die beschreibung der jeweiligen dürfte auf mein ipad geholt dass ich euch die ganz kurz vorlesen kann und dann ja schnuppern wir einfach direkt mal probe und ich habe ich da meine kleine feine unbedeutende meinung wird wie gesagt immer nur mein eindruck kann bei euch komplett anders sein und dann freue ich mich einfach den nächsten tagen darauf die alle nacheinander warm zu machen in den moment zu packen brot zu schnuppern und dann werde ich euch die den eindruck nachträglich noch mal auf instagram mitteilen wie die mir dann wirklich gefallen wenn sie immer warm gemacht wurden ja macht sind okay wir liegen nicht los mit von kringel kinder überti sieht so aus weiß wie immer bei kringel klar die den fand ich gleich mega spannend weil ich bin ja ein totaler teafreund und ich mag auch so so also kräuterige die gedüfte sehr sehr gerne und daher war ich auf den schon mal mega gespannt aber die haben wir relax your senses with the warming notes of freshly brewed tea leaves combined with everwescent shimmers of white lemon so heißen ja frisch gebrüte tee blätter mit weißer limon und zitronen lemon zitrone also auf deutsch kräutertee mit zitrone und ja ich bin gespannt mega riecht wirklich eins zu eins in ganz frisch aufgebrühter kräutertee nicht hier so aus dem teebeutel sondern wir gehen ja oftmals kräuter sammeln im frühjahr im sommer und haben gerne kräuter wurzeln verschiedene sachen und brennnesseln zum beispiel und löwenzahn und trocknen das dann und ja nutzen das dann wirklich für unseren frisch aufgebrühten tee ist der lecker und wenn du dir diesen wirklich intensiven kräutertee vorstellst mit einem schuss zitrone und hier ist auch noch so eine leichte süße drin also stellt euch vor ihr macht da noch ein bisschen zucker rein oder süßstoff oder was auch immer ach genau so riecht er also der ist also der ist schon mal mega wenn der warm nur halb so gut kommt wie jetzt den lieb ich schon freue mich so der ist richtig richtig gut mega dann mal gleich weiter mit ist auch diesmal irgendwie sehr serialen lastig also so frühstückslocken und co sind gut dabei und zwar haben wir als nächstes fruit flakes also cornflakes mit früchten ja der vollständigkeit halber mal kurz schauen was sie da zum besten geben aber fruit and flakes berries bananas cinnamon oh my breakfast serve with this sweet and savory fragrance you can almost taste it also ja bären bananen sind und frühstücksflocken cerealien schauen wir mal ja ich nehme da gleich so eine ziemlich dolle zimt note war was mich jetzt so ein bisschen ist mir zu zimtig auf den ersten schnupp du hast schon so ein bisschen was materialien mäßig also so cracker graham cracker wenn man es ist ja vollkornflocken frauen flocken so diese nur leichte er vollkorn note süßlich werden nämlich gar nicht war ob man aber das kann ja noch kommen aber erst mal also erstmal wirklich nur süß so frühstücksflocken mäßig und sind und der die zimt note ist mir jetzt so erste eindruck ein bisschen bisschen zu zu massiv muss ich gucken wie der warm kommt weil so rein vom bild und von der beschreibung hätte ich mir da jetzt so ein bisschen mehr so eine leichte frucht note gewünscht und erwartet aber muss ich gucken aber erst mal die zimt note weiß ich nicht weil ich weiß ja nicht wie ihr das handhabt aber ich esse meine cornflakes selten mit sind eigentlich gar nicht egal so nächste frühstücksglocken marshmallow morning das sind ja diese typisch amerikanischen marshmallow marshmallow ja diese frühstücks kringel da diese mit wo dann diese lucky charms heißen ich habe keine ahnung so viel vorgesehen also marshmallow teile drin drin sind und zwar marshmallow morning this nostalgic scent will take you back to early morning speaking through your favorite magical terrific cereal to find all the colorful delicious marshmallows ok also cereal in marshmallows mit viel geschichte drumherum schau mal ja der ist schon eher meins der ist schon das der ist lecker aber der ist schön ja hier hast du auch so diese diese jahre frühstücksflocken cerealien note dieses crunchy auch sehr cremig milchig irgendwie und dann hast du eine ganz 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 leckere cremige marshmallow note ziemlich präsent dadurch auch sehr süß aber richtig schön also der gefällt mir sehr gut der ist schon eher meins also dann kann sie die frühstücksflocken mit zimt behalten gut weiter im text jetzt genau das waren so die drei food food dürfte gut getränk auf jeden fall dann haben wir jetzt hier was blumiges fangen wir an mit cherry tree der kirschbaum und ja kurz blüten kirschbaum dürfte mag ich eigentlich auch sehr sehr gerne gerade im frühling von daher bin ich da auch sehr gespannt drauf cherry tree close your eyes and escape to the food of mount iwaki mein anderer mount nicht mal und fuji mount iwaki where the warm wind tickles your nose with the sweet smell of cherry tree blossoms also kurz um kirschbaum blüten na schau mal der schön ganz doll frisch dann hast du diese diese schöne note von kirschblüten oder oder frischen frühlingsblüten leicht süßlich aber sehr 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 frisch geht schon eigentlich ein tacken und tacken zu sehr schon fast für mich in die frische wösche weichspüler richtung muss ich sagen aber es ist schon richtig schön schöne süßliche kirschblüten note aber mit einer ordentlich portion weichspüler frische ja es ist schön aber für mich kein everyday duft also der muss schon den kannst du so mal gut reinmachen wenn du gerade frische frisch frisch die wetten bezogen hast das war sehr sehr gut aber ist es nicht also definitiv nicht schlecht aber gleich auf war nur ein erinnerungs anruf alles gut kann sein dass es gleich sogar noch mal klingelt wobei stehen geliebt genau also schön aber man sollte wissen dass er schon sehr in die frische luft frische wäsche richtung geht als wenn du frisch gewaschene wäsche draußen im garten unter einem kirschbaum aufgehängt hast so nächst man wisteria durch dieses bezaubernde label an die lebens finde ich diesmal auch ich bin mir gar nicht sicher ob ich die schuldigung die nase die sind so ein bisschen auf sie wie soll ich sagen künstlerisch angehaucht es sind keine original fotos sondern sie sind teilweise so also ein bisschen mit irgendwelchen filtern bearbeitet das so so aus sie aussieht also stelle ich einfach irgendeine app auf dem handy vor wurde tausend verschiedene kunst filter drüber packen kannst das hat kringle diesmal einfach mal gemacht finde ich zum teil sehr sehr schön und kann mir die auch sehr sehr schön auf auf den gläsern vorstellen und habe die gläser schon gesehen die sieht auch echt toll aus also diese hier zum beispiel auf den gläsern so schön wisteria und ich da bin ich echt gespannt drauf weil wir haben die im sommer auch immer bei uns im garten und ich mag die so 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 gerne hier haben wir so viel warm summer breeze enveloping your nose with the seductive aroma of hysteria and night blooming jasmine also nachtblüten jasmin und wie heißt die denn er goldregen ja goldring ne goldring ist ja der gelbe ist schön die jasmin unterricht ist natürlich schon ziemlich doll raus als man muss sich als mögen definitiv so dieses süß nicht florale aber an sich sehr schön das ist für mich ein wirklicher sommer es riecht wie sommer im garten ja schön also du hierzu musst du echt florale mögen also jetzt richtig süßlich schwer blumig also da musst du schon floral mögen glaube ich aber der ist schön der ist wirklich wie so ein lauer sommer abend irgendwo im garten wenn wirklich so rund um dich herum die ganzen sommer blumen in richtig schweren süßen duft abgeben so riecht das schön also sehen können wir wirklich schön abends vorstellen wenn du wir haben ja bei uns jetzt hier nicht den garten wir haben den garten woanders sind wir abends halt öfter im sommer auf dem balkon bei uns draußen und wenn du dann den hier irgendwie so durch die wohnung war man hass und irgendwie alle fenster offen hast und die frische luft ein bisschen ich weiß duft wachs und offene fenster macht wenig sind machen wir aber trotzdem teilweise bei kompensern und da ist der aber der schön aber sehr 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 stark schwer floral ja aber aber und dann last but not least von kringel habe ich den beautiful day sommer blumenwiesen label und wir schauen mal was der zu sagen hat das kann ja alles nix sehen das war so poetisch meine güte also die wärme von goldenen amber hinz auf reife guave zitronenschale ja ja zuerst kommt bei mir also diese fruchtige note was dann ganz zitrisch unbedingt also zitronen nicht das könnte dann diese guave sein wenn ich jetzt nicht wusste hätte ich auch sagt man wohl irgendwas also irgendwas leicht exotisch fruchtig süßes zitronen riecht jetzt so gar nicht worum ich auch nicht böse bin weil wenn es zu zitronen dass ich es kommt mir auch oftmals und putzmittel mäßig rüber und so nur leicht ganz leicht parfümige note würde ich fast sagen cremig parfümig und dann diese diese leichte süß fruchtige note aber der ist ein bisschen ein bisschen und der leiter zeit im vergleich zu den anderen ja aber schön als bei dem ich denke man ist so guter everyday kandidat der so unterschwellig tagsüber durch die wohnung war man kann abjubel vor der ona so hier haben eigentlich schon mal 333 die ich mega finde und drei wo ich sagen wir sind okay aber würde ich schon jetzt so spontan sagen muss ich jetzt nicht unbedingt noch intensiver haben nachher definitiv nicht erst glas aber wie gesagt es kann sich am warm düfteln alles noch ändern weil da hat es schon oftmals dann doch kleine überraschung aber jetzt so auf dem first cold sniff der herbal tea der ist mega super intensiv und super lecker marshmallow morning und wisteria die drei fand ich jetzt erst mal vom ersten kaltschnuppere her am besten und dann schauen wir mal was die waren warum sagen werde ich euch dann definitiv auf instagram mitteilen oder halt im nächsten video so jetzt muss ich erst mal einen schluck kaffee bis die kaffeeschnüffel neutralisieren noch habe ich ja nicht viel gebrochen aber wenn ich sehe was dann alles liegt also jetzt nicht von country aber von den handmailt dürften ist übrigens meine neue tasse die ist von tk max ist nicht wunderschön aber ich liebe die tasse mit tk max jedes mal wenn ich so tk max fahre ich könnte aber das nee so country genau da habe ich glaube ich auch eine weggelassen ich nicht genommen habe ich weiß nicht auf jeden fall sind es bei country 7 die ich mitgenommen habe schöne sommerliche farben geht schon fast so ein bisschen die wir sind eigentlich relativ für sommerlich recht und frühlingshaft recht dunkel dann ja einfach wenn ich jetzt so so sehe aber auch völlig lust hat sie auch sonst also fangen wir an mit watermelon pops da war ich mir erst nicht so sicher ob ich die mitnehmen soll weil ich jetzt nicht der mega watermelons fan bin also ich sag mal so wenn die watermelons oder generell männer unterschwendig irgendwo somit drin ist als nur aus liebe ich das mag ich aber wenn sie jetzt so rein watermelons diese künstliche süßigkeiten naschereien watermelon ist dann aber wir gucken mal so am sommer hier watermelon pops the perfect cool off on those hot summer days are frozen ice pops and a watermelon pops send is ultra refreshing with sweet 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 watermelon tangy lime and a sprig 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 of fresh mint also süße wasser melone prickel in der limette und ein schuss frische minze nach wir gucken also die die watermelons ist schon ab front also die 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 kommt schon als erstes mit so einer schönen süß zitrischen note dazu also eine süße zitrone ja spritzig süß frisch minze nämlich jetzt nicht so direkt war aber die kann auch einfach als als komponente im blend so ein bisschen für die frische sorgen lecker gefällt mir gut also für den sommer glaube ich es ist ein richtig richtig schöner duft und ich bin eigentlich positiv überrascht also wie gesagt watermelons aber durch diese süßliche zitronen not das hast du so ein zitronen limo finde ich ihn sehr sehr angenehm doch gefällt mir das sind wir schon mal schauen so dann lemonade dragon fruit lemonade drachen frucht limo norde und ich denke mal da wird der name auch einfach programm sein dragon fruit lemonade is a tropical burst of dragon fruit and pineapple with citrus coconut and floral blossoms in the mix oh my our recipe is the essence of summer okay also dragon fruit als dachen frucht pineapple ananas citros kokosnuss florale blüten wow okay wir schauen mal was davon bei meiner nase ankommen oder es lecker der schön das ist ein richtig schön frischer leckerer süßer sommer duft es ist wirklich wieder seine so eine riesengroße karaffe mit mit irgendeiner zuckrig süßen frucht limo so homemade frucht limonade auf dem tisch stillen hast zu den einzelnen komponenten ich würde jetzt als die drachen frucht würde ich nicht raus riechen aber eine drachen frucht ja die hat jetzt für mich auch nicht so einen intensiven eingeruch also auf jeden fall nimmst du definitiv eine zitrische note war limette limette zitrone irgendwas in diese richtung der zitrone so eine süße zitrone süße saftige zitrone und ich hab das gives us microns und die ananas kokos ananas also schon schon sehr kokos ananas lästig meiner meinung nach und schön süßlich aber es ist echt angenehm also ist floral kommt jetzt bei mir gar nichts an gott sei dank weil weiß nicht so fruchtig und wenn du noch plural ist immer so irgendwie so wie aus jedem aus jedem dorfen köter ja schön richtig schön zitrisch frisch erfrischend dragon fruit lemonade ich denke mal der kommt warm auch richtig gut so vom gefühl her bin ich gespannt drauf dann werden wir gleich mal bei den getränken und bei ananas pineapple reader ich hatte auch was getränkemäßiges mit ananas ananas margarita keine ahnung poolzeit oder beachside enjoy pineapple reader reminiscent of a margarita with a boost of flavorful fruits cilantro and sweet earthy accents ok also margarita mit mit einem fruchtigen mit frucht ananas cilantro und die süße erdige akzente mal gut schauen da kommt jetzt mit die pineapplenote überhaupt gar nicht so direkt raus es riecht erst mal sehr säuerlich sehr herbsäuerlich herbsäuerlich fruchtig aber der hat für mich ganz ehrlich jetzt auch im ersten moment gar nichts so cocktail getränkmäßig ist für mich eher so diese diese typische toiletten zitronen note ananas riecht da jetzt gar nicht so raus muss ich ganz ehrlich sagen also herb sehr herb herbsäuerlich zitrisch da muss ich gucken ob ich mit dem sie erst warm werden warm werden ob der mir gefällt oder nicht dann nächste ist spirel aloe voll schön oder schöner grüner wachs und ja da denke ich mal so eine aloe vera note wässrig frisch gehe ich mal von aus wir gucken mal das spirel aloe will soon turn into your favorite as a combined green dewy leaves water flowers with musk and amber of a subtle warming fragrance wie gesagt hab ja grün dewy uh tau bedeckte dewy ja dew morning dew rare old mountain dew juli blätter wasser blüten weißer mosches und amber wir gucken einfach mal ja genau so riecht er wenn du mich gefragt hast wie er riecht dann hätte ich erwartet dass er genau so riecht aber sehr intensiv auch richtig intensiv schön ganz leicht parfümlich schon so war es nicht war zwar die lotion note ja schon für mich so eine starke creme body lotion note ansonsten so an wie vera ja also dieses wässrig frische grüne und leicht floral würde ich sagen also es ist nice aber ist für mich glaube ich eher auch durch diese diese sehr sehr starke body lotion note oder creme note wäre für mich glaube ich eher auch so ein badezimmer kandidat dann haben wir strawberry mint tart ja und da hoffe ich natürlich dass mir der gefällt weil erdbeer dürfte ja mag ich eigentlich sehr und gerade auch in kombination mit gebäck noten schönes rot guck mal der vollständigkeit halber obwohl da jetzt bestimmt keine großen überraschungen drin sein werden strawberry mint tart is a tantalizing tart filled with fresh strawberries lemon vanilla das teigige aroma und die flaky crust also wie die kruste ja kruste groß sagt man beim kuchen kruste beim kuchen wenn das so ein bisschen kross ist es auch eine kruste beim kuchen egal sweet cream süße sahne also erdbeeren zitrone vanille gebäck sahne richtig so ein strawberry shortcake duft hast du mir so eine schön süße gebäck note darunter so eine kuchen teig note und ansonsten eine schöne recht süße erdbeeren note also nicht nicht so fruchtig erdbeerig war schon eher so eine süße erdbeeren ist jetzt auch recht recht süß insgesamt also du hast schon wirklich du merkst du hast echt ein erdbeerkuchen ja also hast nicht irgendwie so frische erdbeeren auch jetzt nicht so eine authentische eher so ein bisschen so eine süße erdbeere aber es ist okay also mint nehme ich jetzt hier gar nicht wahr im kalten zustand obi ähnlich wie so ein strawberry shortcake duft genau das ist der dann haben wir noch blueberry cream pop blau bär sahne ice cream um wo ist er da ist er blueberry cream pop um who doesn't love a cool cream pop on a stick or with a wick fresh pink blueberries with other yummy fruits and sweet vanilla cream blueberry cream pop is a must-have summer treat ja also vanilla cream blau bär fruchtig der hat er muss das sagen ich habe sonst blau bär dürfte mochte ich meistens überhaupt nicht dann bin ich so ein bisschen durch diese blueberry cheesecake richtung doch an die blaue dürfte herangekommen und habe festgestellt dass ich manche blaue dürfte doch mag und manche überhaupt nicht und der hat so diese hat diese leicht florale note ich weiß gar nicht wie es anders beschreiben soll es gibt eine leckere blaue bär note es gibt eine muffige blaue bär note und es gibt so eine leicht florale blaue bär note für mich und der hat diese florale blaue bär note wieWestfunk wie sich nicht so kann kann ich nicht weiß ich nicht aber ich glaub ich hab erst nix für mich ne ne block du hast du ja genau diese Floral, ich kann es nicht anders beschreiben, Blaubeernrote. Die ich nicht, kann ich nicht. Ich merke da jetzt auch, ich rieche glaube ich auch für mich jetzt echt nur diese Note raus. Und nix, saanig, eiscrimig. Nee, der ist nicht meins. Ich glaube der, ich glaube wir, wir werden keine Freunde, ich glaube den brauche ich nicht mal in die Lampe packen. Der wird dann wahrscheinlich in irgendein Tauschpaket wandern oder so. Der Blueberry Cream Pop. Nee, nee, nee. Aber wie gesagt, nur meine bescheidene Meinung, ihr könnt ihn lieben. Also, ja. Und dann haben wir noch den Ippolitan Sunday. Wie heißen die Dinger bei uns? Fürs Pückler. Fürs Pückler-Eis. Mit Vanille, Schoko und Erdbeer. Und ich gehe mal davon aus, da wird auch nix anderes. The Scoop on your Panasonic's Layering of Sweet Chocolate, Velvety, Vanilla Bean und Fresh Strawberry Ice Cream. Top it with a Whipped Cream. Ja, also die drei Eiscremesorten mit Schlagsahne. Alrighty. der ist nett. Aber in kalt finde ich ihn jetzt sehr leicht. Die Schokoladennote, die ich als erstes war. Schokovanille. Also, erdbeer riecht ich jetzt leider so gar nicht. Bin kalt. Aber, warten wir jetzt kann ja mal werden. Ja, in kalt kommt bei mir wirklich nur so diese Schoko, so eine cremige, sahnige Schokonote. Und relativ leicht. Also, ich hoffe, der hat noch ein bisschen mehr Power unterm Hintern, wenn der, wenn der warm wird. Weil jetzt so in kalt. I don't know. Okay. Wir sind durch. Wup, wup. Ich mach mal ganz kurz ein Song. Ihr könnt mich ja gerne oder könnt mir ja gerne unten in den Kommentaren wieder wissen, welche Düfte euch am ehesten ansprechen. Würde mich mal interessieren, welche ihr vorhabt, euch zu besorgen. Ich glaube, jetzt so meine Favorites. Also, ich muss sagen, insgesamt war ich jetzt so auf den ersten Schnupp von den Kringle-Düften definitiv mehr angetan als von den Country-Candle-Düften. Subject to Change. Also, kann sich immer noch ändern. Nur jetzt so auf den ersten, auf den ersten Eindruck. Meine Favorites waren eigentlich definitiv der Dragon Fruit Lemonade. Ein richtig, richtig schöner sommerlicher Limonadenduft fruchtig und Surprise, Surprise, der Watermelon Pop. Der riecht wirklich auch echt schön sommerlich frisch. Hat mir echt sehr gut gefallen. Ähm, die anderen so bei dem Neapolitan Sunday, weiß nicht, muss ich mal gucken. Der Sprayral Aloe ist mir ein bisschen zu Bodylotion mäßig. Ja, Bodylotion, aber fast Dusch geht. Also, der könnte für mich echt ins Badezimmer duft für mich. Hm? Aber vielleicht auch einfach mal, wenn man so dieses Aloe, ja, kennt man ja Aloe Vera, sehr viel aus Cremes und Körperpflegeprodukten. Vielleicht ist einfach auch da diese Assoziation für mich einfach da. Ja, ja. Rest, ähm, okay. Muss ich gucken. Ähm, und einer, der für mich kann ich nicht. Blueberry Cream Pop. Der hat diese Blaubeernote, die ich nicht mag. Hm. Nee, der geht in die Tauschbox. Jo. Genau, das war es. Also, insgesamt bin ich sehr, sehr happy mit meiner Bestellung. Ich freue mich jetzt mega, mega aufs Warm-Andüfteln, um zu gucken, äh, was die da so hergeben. Und wie gesagt, da können sich ja immer nochmal die Karten völlig, können sich ja völlig neu mischen. Habe ich schon so oft erlebt, dass, ähm, Düfte, wo ich kalt gesagt habe, wuhu, dass die Warm dann irgendwie so, pfff, die große Blase, plopp. Und, ähm, andersrum, das Düfte, wo ich dachte, ja, komm, okay, gibst ihm mal warme Chance. Ähm, überrascht mich. Und die haben mich da teilweise echt überrascht, mich da dachte, wow. Also, von daher kann sich da immer nochmal alles komplett ändern. Das finde ich auch so, so mega spannend, ehrlich gesagt, an Kerzen und, und, und Duftwachs. Dass da einfach warm nochmal sich eine ganze, ganz andere Welt eröffnen kann, zum Teil, ja. Und auch gerade so im Laufe der Zeit auch, wenn du die warm machst, das, was als erstes kommt, die Kopfnoten und was dann wirklich so von dem Duft übrig bleibt im Laufe der Zeit, wie der sich auch verändert, einfach die verschiedenen Kombination, äh, die verschiedenen Duftkomponenten in der Kombination, ähm, finde ich persönlich immer mega, mega spannend, ja. Gut, das soll's gewesen sein. Ich bin raus. Und in den nächsten Tagen gibt's dann noch zwei weitere Videos zu diesem, äh, Paket aus den USA. Und zwar hab ich zum einen noch die, den ganzen Haufen Handmade-Wachse von L3 Waxy Wonders für euch. Und dann hab ich noch ein, ähm, Medium-Size-Berg mit, äh, Duftwachs von, ähm, Destination Wax für euch, was ich euch gern zeigen würde und mit euch Probe schnuppern möchte. Das steht mir natürlich noch jetzt direkt im Anschluss bevor. Steht mir? Ja. Steht mir jetzt noch im Anschluss bevor, weil ich natürlich alles auf einmal filmen werde, weil ich die Wachse natürlich A, wegräumen möchte und B, benutzen möchte. Hm. Ähm, von daher, ähm, ja, freue ich mich jetzt aufs Weiter-Düfteln, Weiter-Probe-Schnuppern, aber ihr werdet diese Videos dann halt innerhalb der nächsten Tage irgendwann zu sehen bekommen. Gut, ich bin erstmal raus für euch, wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend und bis demnächst.